Oh man, mit Solvadex ist das doof. Das ist voll unfair, wie ihr spielt. So. Der nächste. Wo sind die denn alle her? Sag mal. Sind die denn schon wieder ein Spawner oder was? Hüpf, hüpf. Nee, eher nicht so. So. Mein Eisen. Tja, schön, dass wir ein paar Bücher und ein paar Rüstung gefunden haben. Aber so wirklich das, was ich eigentlich wollte. Für die Füße. Happy Feet, sag ich mal. So, machen wir als erstes mal das Wasser hier aus. Dann machen wir das. Upsa. Dann machen wir das Wasser da drüben aus. Ich habe den Folgenwechsel schon wieder verpasst. Alter Schwede. Ups. Hier passiert aber auch Ding an Ding, weißt du? Hier hast du nicht mehr Zeit, eben irgendwo durchzuatmen oder sonst was. Das passiert einfach. Und dann passiert schon wieder das Nächste. Und ratz die Fatz, bist du schon wieder in einen komplett neuen Abschnitt gefallen. Das ist einfach viel zu strange. Die Nebel an der Höhlen. Wenn du mal was erleben willst, geh in den Untergrund. So, was läuft denn da jetzt? Im Pacto Lento. Hört man fast gar nicht. Wow. Alter. Weißt du, wir finden ja noch nicht mal eine Kiste. Hallöchen. Warte kurz, bleib genauso stehen. Alter, was ist denn hier? Boah, da war ein Spawner. So, was hier schon wieder los ist, ey. Aber. Habe ich da links im Augenwinkel gerade den anderen Spawner gesehen? Ne. Hat getäuscht. So, da müssen wir durch. Tja, kommt sie nicht ganz zu mir, wa? Ist das ein Skelett-Spawner? Oh. Aber runterfallen sollte ich vielleicht trotzdem nicht. Was, das sind Mini-Zombie-Dorfbewohner? Oh, ey. So, mal schnell hier. Jetzt grunzen den Dolby Digitalen. Ich brauche neue Fackeln. Ach, du Heimatland. Guck dir das an. So, erstmal der Mumpitz raus und dann das gute Zeug mitgenommen. Das nehmen wir auch mit. Was haben wir hier? Schutzsicher. Naja, kann man mitnehmen. So. Hier ist das natürlich alles ein bisschen gefährlich. So. Das ist ein bisschen eichgefährlich hier. Warte. Dabei hat sich hier doch gar keiner die Luft gejagt. So, das kann natürlich nicht so bleiben. Sichteinschränkung ohne Ende. Was ist, wenn denn da dahinter ein Zombie steht? Dann sind wir verloren. Er würde uns dann erwischen, während wir schlafen oder so. So, und jetzt sieht man auch, warum ich quasi momentan oder so ganz allgemein nicht für Hunskrab geeignet bin. Ich würde die Zeit gar nicht überraffen, weil ich schlafen müsste. Klar könnte man sagen, nimm eine Uhr mit, aber das wäre wieder ein Inventarplatz, Freunde. So, immer her mit dem Eisen. So, dann gucken wir mal. Spitzhacker gibt jetzt auch langsam den Geist auf. So, naja, haben wir ja noch ein bisschen. Sind hier für fast alles vorbereitet. Kein Smaragd, kein Diamant. Ich bin schon so ein bisschen enttäuscht gerade. Dafür, dass ich die, ähm, den Nebellanderuntergrund immer so gepriesen habe. Für sein Reichtum, seine Schätze. Bässt er jetzt ganz schön stark nach. Was Diamanten und Smaragde betrifft. Ah, warte. So, was haben wir denn hier? Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Oh, hallo. So, Licht. Und Licht und Schanggriff. So. Was ist das jetzt eigentlich für ein Lied? Musik vor Funeral Ruhme Part 11. Nicht Part 1, nicht Part 9. Nein, 11. Ö, H, L, V. Hier wird richtig. Ich dachte schon, da ist ein Spawner. Ach, warte mal. Ist das nicht unterhalb des Spawners, wo wir gerade waren? Oder ist das schon wieder ein Neuer? Wenn das schon wieder ein Neuer ist, dann flippe ich jetzt langsam aus. Das ist echt ein Neuer. Wie krass. Ähm. Ach nee, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Ach doch, das ist der. Okay, alles klar. Habe ich nichts gesagt. Das wäre aber knapp geworden. Ähm. Hier stehe ich, glaube ich, ein bisschen auf verlorenen Posten. Ein bisschen Eich auf verlorenen Posten. Äh. Wo komme ich jetzt eigentlich her, verdammt? Oh oh. Der Lautregent hat sich verlaufen. Ach hier. Boing. Boing. So. Schon wieder so ein kleiner Dorfbewohner. Warte mal. Den hier knipseln wir da dran. Und da dran. Und Schienen. Oh oh. Oh oh. So und hier verlassen wir die Mine, oder? Am, 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 am. Hier eben so. Aber hier waren wir schon. Ne, da geht es wieder in die Mine runter. Da geht es wieder in die Mine hoch. Ich mache mein Lied weiter hier. Das ist ja. Amazing plan. Hatten wir das ja heute nicht schon mal in der Aufnahme? Ich weiß es nicht. So und so. Hihi. Ihr kleinen Trottel. Das ist unten die Schlucht, glaube ich, ne? So, jetzt siehst du auch mal, wie viel Zeit man in so einer Mine verbringen kann, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt. Warte mal, ich gehe erstmal da lang. Weil es sieht aus, als würde es mich nach unten führen. Und nach unten ist ja quasi der Weg, den wir gerne gehen. In der Hoffnung, dass wir zu Diamanten kommen. Aber es führt uns zu einem garstigen Creeper. Kopfschuss. Kopfschuss. Und Bämst. Vor allem war es mich so ein bisschen irritiert. Wir haben hier noch nicht mal irgendwelche Loonen gefunden. Spawner, ja. Zombies, ja. Spawner, nein. Diamanten, nein. Spanakte, ebenfalls nein. Dem Unmut auch mal freien Lauf lassen. Tut gut. So, Probebordung. Okay, fühlt uns nichts. So, erstmal Bröselchen. Guck mal, einer schau. Sind wir denn hier? Schauen wir doch mal da hin. Okay, da hinten waren wir schon. Waren wir hier unten schon? Nein, da waren wir noch nicht. Ah, ich weiß, wo ich bin. Sehr gut. Irgendwo stüttet ihr gerade ein Creeper. Was auch sehr lustig ist. Ach, du Heimatland. Skelettarmee. Die sollen mal runterkommen, du. Oh, da bist du ja schon. Irgendwo von da oben ist er runtergefallen. Ah, guck mal, was da ist. Guck mal, was da ist. Mann. Mann. Ich bin doch nur hier. Mano. Ich wollte doch hier nur Dings ausleuchten. Du hast mir die Tour vermasselt. Das klingt schon wieder nach einem ganzen Arsch voll Zombies. Und ich hänge jetzt. Oh, hi. So, schnell mal weg. Beim Netz hängen, während die hier um einen rum tanzen, ist äußerst ungut. So, vielleicht komme ich jetzt mal zum Leuchten. Danke. Ist der Glühbirne-Treppich noch nicht? Jetzt auch. Oh, Mannu. Was ist denn mit euch? Siehst du? Und aus diesem Grunde baue ich hier gerne die Dinger raus. Wo kommen die denn her? Hab ich sie gebaut? Aus diesem Grunde baue ich gerne die Dinger weg, weil dann kann man echt ein bisschen besser sehen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. So ungefähr. Nur am Fressen, der Herr Lautregent. Und dabei behält er seine schlanke Linie bei. Oh, was haben wir denn jetzt? Symbiosis. Sagt mir was. Hatten wir schon mal ein paar Mal, glaube ich. Ich mache mal weiter. Blue Scar. Wenn euch das irgendwann mal auf den Wecker geht, hier mit dieser Ansagerei, sagt er ruhig mal Bescheid. Dann lasse ich es nämlich. So, ich hoffe, da erwartet mich jetzt niemand. Kommt das her? Von da oben. So. Das Eisen. Das kommt. Alter, wo kommt denn das? Von da jetzt? Hab ich es geschafft? Schaut so aus. Moment, ist da die Oberfläche? Oh. Scheinbar. Das könnte rausgehen. Sehr schön. So, jetzt mache ich hier erstmal dicht. Dann folgen wir dem Wasserstrom schnell zurück. Oh. So weit wollte ich doch, glaube ich, gar nicht. Oh oh. 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 Boah. Gerade nochmal gut gegangen. Ne, ne. Du schubst mich da nicht runter, mein Freund. Kann ich gar nicht gebrauchen. Uhu. Bin ich hier richtig? Ich glaube. Wow. Wir waren zuletzt in dem komischen Raum mit dem Spinn-Spawner. Da. So, der hat mir ein bisschen die Arbeit erleichtert. So, stirb. Unholt. Unholt. Mr. Enderman. Mr. Enderman.